Hi Leute, ich wollte euch nur meinen neuen Automaten vorstellen. Habe jetzt ein bisschen mehr Spiele drauf, scrollen mal alle durch, so könnt ihr euch die angucken und dann haut die Wünsche raus, welche Spiele ich für euch spielen soll, damit es ein bisschen mehr Unterhaltung gibt. In dem Sinne, scroll durch, wenn ihr welche gesehen habt, pausiert und haut einfach raus. So. Ich denke, jetzt habe ich sie doppelt. Also ihr seht Bescheid. Ich hoffe, ihr habt dennoch Spaß auf diesem Kanal und ich freue mich auf die Kommis. Ciao. Ciao. Vielen Dank.